Ganz viele Treppen bis es ganz nach oben hin läuft und zwar haben wir nämlich hier oben es regnet zwar noch ein bisschen und zwar geht es um dieses Gebäude hier und da steht noch so eine Anzeigetafel, so eine riesengroße und zwar geht es da da ganz oben hinauf. Dezente 360 Stufen und nein ich hab's noch nicht probiert und ich werde es wahrscheinlich auch nicht probieren. Cooles Kulturnier noch stehen. Was auch immer es bedeuten mag, wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich gehe mal gucken ob ich gleich, ob ich gleich euch mal mit nach oben nehmen kann. Bis nach oben hin, damit wir mal von oben gucken können. Ich werde wahrscheinlich aber nicht die Stufen nehmen, sondern ich bin faul. Ich nehme den Aufzug. Da hinten stehen wir, da ganz klein. Dritter Stock und ich stehe aber schon. Gibt es den Aufzug? Ich will den Aufzug. Aha, hier sind die Knöpfe. Dann gehen wir noch mal ab hier. Ja, ich weiß gar nicht, müssen die noch höher laufen? Die Skyline von Münster ist ja mal fett. Da hinten auf dem Fernsehturm. Der ist 136 Meter hoch. Da war ich auch schon mal oben drauf. Das ist auch eine coole Aussicht. Das ist unser Wasserturm. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch im Betrieb ist. Und da hinten, gucken wir mal. Genau, ich bin mich morgen da bei diesem Hochhaus. Da ist nämlich das Fußballstadion. Da muss ich mich morgen hin und bin leider nicht hier. So, jetzt gucken wir mal nach unten. Da unten sieht man wieder die Hand. Unseren Imbisswagen, unseren Transporter. In Mini, in Miniatur. Mal gucken, wie weit wir, wie weit wir noch nach oben können hier. Ist das hier eigentlich Ende? Wo ist denn eigentlich Ende? Ist das hier so eine Aussichtsplattform? Mal shoppen. Da bin ich wieder auch noch draußen. Ah, the roof is on fire. Nee, hier geht's nicht raus. Schade. Ja, dann noch mal ein bisschen Aussicht gucken. Das Wetter ist leider ein bisschen scheiße. Oben bin ich zu Höhen. Null. Aufzug A. Null. Ach so, dann so. Okay. Aha. Aber trotzdem schon kurios. Das an hier. Das ist schon ein Alarmknopf. Cool, ja. Da ist aber... Oh, Entschuldigung. Aber wir genießen jetzt noch die Opfer. Boah. Der hat doch aber mal Speed Day. Mein lieber Gesamtfahren. Was ist denn? In Münster kennt das Gebote eigentlich auch jeder. Und zwar kann ich euch genau zeigen. Deswegen. Deswegen. Ich krieg noch nicht mal ganz drauf. Was ich tot. Da bin ich wieder. Ja, wo warst du? Ich? Oben. Haben wir oben. Der Aufzug geht ja ab wie Schmitz Katze hier. Und wer sich jetzt wundert, warum ich heute zwei Videos veröffentlicht habe. Das liegt einfach daran, dass der LVM Skyrun natürlich logischerweise morgen am Sonntag, was haben wir denn? Den 18.10. stattfindet. Und das so in gewisser Weise ein Werbevideo ist. Nicht nur für uns, sondern halt eben auch für den Skyrun selber. Weil ich finde, der Skyrun ist ein sehr interessantes Event. Und es macht also Spaß, nicht nur mitzulaufen, sondern sich alles ganz einfach auch mal anzugucken. Ich hoffe, die Aufnahmen sind einigermaßen spannend gelungen, sag ich mal in dem Sinne. Und wer Bock hat, wie gesagt, morgen 18.10. bei der LVM-Versicherung kann man beim Skyrun oder Tower Running halt eben dabei sein. Wer also aus Münster kommt oder halt eben in der Nähe von Münster wohnt, der sollte sich das nicht vergessen. Äh, nicht vergessen. Nicht entgehen lassen. So. Dies ist zu diesem Video. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns morgen wieder. Und ciao.